Das wird unsere Frage-Antworten-Teil sein. Und wenn jemand lehrt, dass die Bibel wahr ist und Evolution falsch ist, dann wird er viele Fragen beantworten müssen. Und wir werden so viele Fragen wie möglich versuchen zu beantworten. Und ihr könnt uns immer kontaktieren über unser weltweites Radioprogramm. Und du findest es im Internet und es läuft um Mitternacht nach unserer Zeit. Die Webseite ist www.drdino.com So, ich muss die erste Frage übersetzen, weil die wurde auf Englisch gestellt. Manche sagen, dass die DNA der Neandertaler hauptsächlich aus mitochondrischer DNA besteht. Das ist die DNA, die man von der Mutter bekommt. Was auch immer sie herausgefunden haben, glauben sie, dass das möglich ist? Die erste Frage. Do you think it's possible? The question is, do I think it's possible to analyze DNA from Neandertals? Of course, I don't think Neandertals are millions of years old. Also, er glaubt schon, dass man die DNA von Neandertal untersuchen kann, denn er glaubt nicht, dass sie Millionen von Jahre alt sind. They probably lived after the flood, maybe 4.000 years ago. Sie lebten nach der Flut, wahrscheinlich vor 4.000 Jahren. Und ich habe Menschen getroffen, heute, auf meinen vielen Reisen, die wie Neandertaler aussehen. Gibt es heute noch 300 Basenpaare, die in der richtigen Reihenfolge vorliegen in dieser DNS? Meines Wissens ist die DNA der Neandertaler unserer DNS gleich. Es gibt einen Unterschied von circa 4%. Die menschliche DNA variiert plus oder minus 5%. Und innerhalb dieses Bereiches bewegt sich auch die DNS der Neandertaler. Sie sind ganz normale Leute. Die DNA ist sehr, sehr kompliziert. Und die DNA ist das komplizierteste Molekül in der ganzen Welt, im ganzen Universum. Und es gibt Ähnlichkeiten in der DNS in den verschiedenen Tieren, weil sie denselben Schöpfer haben. Nicht, weil sie einen gemeinsamen Vorfahren haben. Aber auf Videokassette 4 werden wir darüber mehr erfahren. Es gibt einen Mann namens Svante Pébo, wahrscheinlich in Finne, der sagt, dass die DNA sofort zerfällt, wenn jemand gestorben ist. Egal, ob du lebst oder du stirbst, deine DNS zerfällt. Und die DNS, die wird aufgespalten am Ende, so wie ein Haar. Und jedes Mal, wenn sie sich teilt, verlieren wir ein bisschen Information. Und das ist einer der Gründe, warum du nicht 900 Jahre alt wirst. Die Frage von diesem Svante Pébo ist, ob genug übrig bleibt, um das zu untersuchen. Also, er selber weiß jetzt nicht, wie viel DNS in den Neandertal gefunden wurde. Wenn du meine Webseite besuchst, gibt es einen Link zu diesem Mann oder zu dessen Dienst. Und dazu kann die Frage wahrscheinlich beantwortet werden. Okay. Nächste Frage. Waren die Kontinente zusammen und als Noah in der Türkei mit der Arche landete, wie kamen die Tiere dann auf die anderen verschiedenen Kontinente? Im Video Nummer 6 reden wir über die Flut. Nach der Flut rauchte es ein paar hundert Jahre, damit die Eiskappen wieder entstehen konnten. Nach der Flut gab es große Eismengen auf der Erde. Und das hat das Niveau der Ozeane gesenkt. Wenn wir mehrere Milliarden Liter Wasser des Meeres nehmen und gefrieren, an den Polen sammeln, dann muss sich der Wasserspiegel der Meere senken. Und es gibt keine Frage, dass es eine Eiszeit gab. Die einzige Frage lautet nur, wann war sie? Wenn du die Ozeane nur um einhundert Meter absenkst, dann ist der durchschnittliche Ozean circa viertausend Meter tief. Wenn du nur ein paar hundert Meter, das sind... Wenn du nur den Ozean um einhundert Meter absenkst, sind alle Kontinente miteinander verbunden. Das Wasser zwischen Vietnam und Australien ist nur 20 Meter, 20 Meter? Der Ozean ist nicht so tief, doch. Und zwischen Russland und Alaska ist das Meer nur 15 Meter tief. Wenn man es hundert Meter ablässt. Und als das Eis wegschmolz von dieser großen Eiskappe, stieg natürlich das Wasser in den Ozeanen an und sie wurden tiefer. und natürlich breiter, größer. Und das würde natürlich die Landbrücken bedecken. Und die Tiere wurden auf den Kontinenten, auf denen sie gerade befanden, gefangen. Nur einfach deswegen, weil die Ozeane anstiegen. Und darüber kann man aber mehr auf Videokassette Nummer 6 finden. Der tiefste Punkt im Ärmelkanal ist ungefähr 50 Meter. Also wenn man die Ozeane 100 Meter absenkt, dann ist Großbritannien keine Insel mehr. Das ist der Meeresboden um Irland und England, Großbritannien. Und ich glaube, dass nach der Flut, da konnten die Leute überall hinlaufen auf der Welt. Große Eiskappen bedeuten einfach niedrigere oder flachere Ozeane. Und wenn das Wasser mehr als 5 Meter tief ist, kannst du immer noch ertrinken. So, und wenn du die Ozeane um 10 Prozent anhebst, dann wäre das der neue Strand in den USA. Und die Gestalt der Kontinente hängt einfach davon ab, wie hoch das Wasser in den Ozeanen ist. For example, Chicago is only 180 Meter above sea level. Chicago zum Beispiel ist nur 180 Meter über dem Meeresspiegel. If you lowered the oceans 100 meters, this is what Florida would look like. Und wenn man die Ozeane um 100 Meter absenkt, dann würde Florida so aussehen. Wie hier auf der Karte. Pensacola Bay, where we live, is only 7 feet deep, no 2 meters. Okay, und die Pensacola Bucht, wo ich lebe, die ist nur 7 Fuß tief, 2 Meter. There's a large lake in South Florida, Lake Okeechobee. Es gibt in Florida einen See, der See Okeechobee. It is about 1,7 Meter deep. It is only 1,7 Meter tief. It's a huge lake. And a huge lake. As the ice melted back, this would explain why we have a continental shelf. Und als das Eis schmolz, as the ice melted, it would raise the oceans. Ja, erhob sich natürlich das Wasser im Ozean und deswegen haben wir diese Linien am Rande der Kontinente. Und überall in der Welt gibt es Berge im Meer mit flachen Köpfen. Und das war früher das Strandniveau. Okay? Ja, okay. Was geschah 1963? Nein. Hm? What? What happened? Oh. What happened 1963? In America, evolution became our state religion. In America wurde Evolution die Staatsreligion. Many moral indicators went crazy. We showed that this morning. Und heute Morgen haben wir gesehen, sehr viele moralische Aspekte wurden sehr stark verschlechtert nach diesem Datum. You can watch Videokassette Nummer 1 for more on that. Das ist auf der Videokassette Nummer 1. Und noch etwas Wichtiges passiert in 1963. Ich wurde ein Jahr alt. I became one year old. Okay. In 1960. Das kann man in Videokassette Nummer 17 nachprüfen. In 17 Videotapen habe ich 17. Okay. Okay. What experiments do you envision that may provide data to refine the Hovind theory? Okay. Okay. Welche Experimente würden Sie oder führen Sie durch, um die Hovind-Theorie einfach mit Fakten und Daten zu versorgen? What they are referring to is my videokassette number 6. Und wir beziehen uns hier auf die Videokassette Nummer 6. We have not covered this information here yet. Und das haben wir heute nicht behandelt. I call it the Hovind theory, so nobody else will get blamed for it. So, ich nenne es die Hovind-Theorie, damit niemand anders beschuldigt wird dafür. Und in diesem Video über die Hovind-Theorie, da behandeln wir die Gründe, die diese Flut von Noah verursacht hat. Ich glaube, dass ein Meteorit aus Eis auf die Erde aufgeschlagen hat und die Flut verursachte. I'll cover that for two hours. We don't want to answer that question tonight. Und die Antwort, die komplette Antwort geht über zwei Stunden und das können wir heute Abend nicht behandeln. So, will you entertain suggestions? Wollen Sie Vorschläge annehmen und welche Personen experimentieren zur Zeit auf dem Gebiet der Schöpfungswissenschaft? What people are doing experiments for creation science. All of the branches of science today were started by creationists. Okay. Alle die Zweige der Wissenschaft wurden von schöpfungsgläubigen Menschen gegründet. I'll give you an example. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Robert Gentry is a creation scientist. Zum Beispiel Robert Gentry ist ein Schöpfungswissenschaftler. He is one of the world's experts on disposal of radioactive waste. Und er ist einer der Experten, wenn es um radioativen Abfall geht. The man who invented Gatorade is a creation scientist. Und der Mann, der das Getränk Gatorade erfand, ist ein Schöpfungswissenschaftler. The man who invented the MRI, magnetic resonance imaging, is a creationist. Der Mann, der die Magnetresonanzspektroskopie erfunden hat, ist auch ein Schöpfungsgläubiger Mann. I have a list of some of the major scientists of the past who were creationists. Und ich habe eine Liste über die Wissenschaftler, über die wichtigsten Wissenschaftler in der Vergangenheit, die an die Schöpfung glaubten. Johann Kepler. Zum Beispiel Johann Kepler. Pascal. Blaise Pascal. Robert Boyle. Robert Boyle. Isaac Newton. Isaac Newton. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. George Cuvier. George Cuvier. Tausende von Wissenschaftlern. They thought that science was understanding God's creation. Und diese Leute glaubten, Wissenschaft bedeutet die Schöpfung Gottes verstehen. The evolution theory has done nothing to help the advancement of science. Und die Evolutionstheorie hat nichts dazu beigetragen, die Wissenschaft zu fördern. I have often asked professors, what good is your theory? Und ich habe oft Professoren gefragt, für was ist ihre Theorie gut? It is not what brought us technology. Sie hat uns keine Technologie gebracht. There have been no advancements in any field because of the evolution theory. Es gab in keinem Bereich aufgrund der Evolutionstheorie Fortschritte. Even if the theory were true, it is useless. Selbst wenn diese Theorie wahr wäre, sie wäre nutzlos. Okay, does anyone have a plan to explore the swarm in Africa for dinosaurs? Do you know anyone that was dead, has... Hä? Okay, yes. Schwer zu lesen, ja. Do you know anyone? Moment. Gibt es... Gibt es... Gibt es irgendjemand, der plant, diesen Sumpf in Afrika nach Dinosauriern abzusuchen? Kennen Sie irgendjemand... Ich kann das nicht lesen, ja. That has three mean. Three mean. You know what this is? Tut mir leid, ich kann die zweite Frage... Ah ja, okay. Gibt es jemand, der so viel Geld hat, um das durchzuführen? Okay. I have several friends who have been to the Congo swamp. Ich habe mehrere Freunde, die in diesem Sumpf in Kongo waren. One friend of mine has been there five times. Ein Freund von mir war fünfmal dort. He is going back, I believe, in two weeks. In zwei Wochen, denke ich, geht er wieder dorthin. I will show you his website. William Gibbons, he wrote this book with me. He has been there four times and is going again in a few weeks. Okay. Ein Mann namens William J. Gibbons. Und er hat dieses Buch geschrieben, Claws, Yaws and Dinosaurs. Also Klauen, Kiefer und Dinosaurier. This website, CryptoSafari.com. Okay. CryptoSafari.com. Dort kann man mehr erfahren. Er kommt aus Schottland und er studiert schon seit vielen Jahren lebendige Dinosaurier. und letztes Jahr reiste er in diesen Sumpf. Here is the letter he wrote me in November about his expedition to the Congo Swamp. Und hier ist der Brief, den er mir letztes Jahr im November schrieb über diese Expedition. There is a man from Tennessee who is coming to work for me and moving down in three weeks. Und in drei Wochen kommt jemand von Tennessee und wird für mich arbeiten. He is already has permission from the Congo government to go in with a dirigible hot air balloon and hover over the swamp to get video footage. Und dieser Mann hat schon die Erlaubnis der kongolesischen Regierung in diesen Sumpf einzudringen mit einem Ballon. Heißtufzballon. We hope to raise money to send him over there sometime in the next year. Und wir hoffen, dass wir genug Geld auftreiben können, ihn nächstes Jahr dort rüber zu schicken. Der Kongo ist ein kommunistisches Land. Und sie sind sehr misstrauisch gegenüber Leuten, die hineinwollen, egal aus welchem Grund. Okay. Okay. Studierst du die physikalischen oder studieren sie die physikalischen Theorien, die von der von der Common Sense Science Fellowship angeboten werden? I have never heard of this fellowship, so I cannot answer this question. Okay. Er hat noch nie von dieser Gemeinschaft gehört. Deswegen kann er die Frage auch nicht beantworten. I study lots of physics. I taught the subject for 15 years. Okay. Er studiert sehr viel Physik und er hat 15 Jahre lang Physik gelehrt. Aber er kennt diese Common Sense Science Fellowship, also gesunder Menschenverstand, Wissenschaft, Gemeinschaft, das kennt er nicht. I don't know of anything from physics to go against the creation theory. Aber er kennt keine physikalische Tatsache, die der Schöpfung widerspricht. So, die nächste Frage. Given that the Prinzipality and powers of this world despise the truth, what manner of lie will replace evolution once evolution has been defeated? Okay. Wenn die Fürsten und Kräfte dieser Welt die Wahrheit ablehnen, was wird dann die Lüge der Evolution ersetzen, wenn Evolution widerlegt wurde? Oder welche Art der Lüge wird die Evolutionslüge ablösen? Ich glaube nicht, dass die Evolutionstheorie jemals beiseite gelegt wird oder ersetzt wird. Es ist viel zu wichtig für die Leute, die diese Welt beherrschen wollen. Richard Dawkins sagt, es ist safe zu sagen, wenn du jemanden die nicht glauben, dass die Evolution nicht dass die Menschen ignoriert, stupid, insane, oder wickerd. Ich glaube nicht, dass du das mit einer Person wie das ist. Es ist absolut safe. Richard Dawkins sagt in seinem Buch Put Your Money on Evolution Es ist absolut sicher zu sagen, dass wenn du jemanden triffst, der behauptet, dass er nicht an die Evolution glaubt, dass diese Person unwissend, dumm oder verrückt ist. Richard Dawkins verweigerte eine Diskussion mit mir, als ich erst kürzlich in England war. Julian Huxley sagt, the reason we leapt at, or believed, the origin of species, was the idea of God interfered with our sexual mores. Okay, Sir Julian Huxley, einer der weltführenden Evolutionisten, sagte, ich denke, der Grund, warum wir dieses Buch von Darwin glaubten, der Ursprung der Arten, ist, weil die Idee von Gott widerspricht unseren sexuellen Moralvorstellungen. Das ist der Grund, warum sie die Evolutionstheorie mögen. hat irgendjemand schon die Konstruktion oder die Gestalt der Erde diskutiert, aus der Perspektive orbitaler Mechanik. Wenn ich die Frage richtig verstehe, wenn ich das richtig verstehen habe, es gibt über hundert Fakten oder Tatsachen, die es dem Leben erlauben, hier auf der Erde zu existieren. Wir haben genau die richtige Entfernung von der Sonne. Wären wir ein bisschen näher, würden wir verbrennen, wären wir ein bisschen weiter weg, würden wir erfrieren. Wir haben einen Mond, der das Wasser der Ozeane durchrührt, durch Ebbe und Flut. Wenn der Mond zu nahe wäre, wären die Fluten höher. Und wäre der Mond weiter weg, würde das nicht viel Gutes nützen. Die Erde dreht sich genau mit der richtigen Geschwindigkeit. Und würde die Erde sich langsamer drehen, dann wäre es viel heißer am Tag und viel kälter am Tag. Es gibt einen wissenschaftlichen Ausdruck, aber der fällt dem gerade nicht ein. Also die Erde ist so geschaffen, das Leben überhaupt möglich ist. I don't know if that's what they want. So, until the time that direction happens, what manner of living do you imagine to be possible for Christians without the need for registered identities? Ah, yes. so, okay, Moment, das ist viel schwieriger für mich, für mich auch von Englisch auf Deutsch hier. Okay, until the time the direction happens. What manner of living do you imagine to be possible? Okay, also bis die Entrückung passiert, bis zu der Zeit, wenn die Entrückung passiert, wie sollten, welche Lebensweise oder Lebensart ist für Christen möglich, nach ihrer Meinung, ohne dass man sich als Identität irgendwo registriert? The Bible says, the love of money is the root of all evil. Die Bibel sagt, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist. Karl Marx said, to have communism, you must have a central bank. The people who control the money control everything about the country. There has been a long struggle to control the money of the world. Und es gibt einen langen Kampf schon, um das Geld in der Welt zu kontrollieren. Und er hat einen College Kurs Nummer 103. Dort geht er näher auf diese Frage ein. Very few countries have any money at all. Very few countries have any money. We have paper. Okay, wenige Länder haben wirklich richtiges Geld. Sie haben Papier. Real money is silver and gold. soldat. The bankers have taken all of this and have us papyr given or credit cards or kredit karten. A piece of plastic. This is not real money. This is not real money. It's just one small step to say now you must receive a microchip. The microchips are already available. I believe the Christians will not get an opportunity to stand up against this. It will be very slow and gradual. Er glaubt nicht, dass die Christen eine Gelegenheit haben werden, gegen das auf die Barrikaden zu gehen. Es wird schrittweise eingeführt werden. Irgendwann heißt es einfach, wenn du diesen Chip nicht hast, dann kannst du in unserem Laden nichts kaufen. Überall in Amerika wird das schon benutzt und du kannst so einen kleinen Chip kriegen, der wird meistens bei Tankstellen benutzt. Diese Technologie gibt es schon über zehn Jahre. Es ist sehr wahrscheinlich, dass erst eine Katastrophe passieren muss, damit jeder so einen Chip akzeptieren würde. Das hat man schon die letzten 100 Jahre versucht. Hitler burned the Reichstag to bring in his Dictatorship. What did he burn the Reichstag? The Reichstag. Ach so, okay, Reichstag. Hitler hat den Reichstag verbrannt, um an die Macht zu kommen. In meinem Land hat man die große Wirtschaftskrise ausgelöst, um die Leute zu zwingen, eine Sozialversicherungsnummer anzunehmen. Und 1933 wurde es illegal, Gold zu besitzen. Also wir sind sehr nahe daran, dass das Mahlzeichen des Tieres aufgezwungen wird. Alle Transaktionen laufen heute elektronisch ab, also alle Finanzbewegungen. Nächste Frage. Haben Sie irgendeine der Publikationen von Chris Hansen gelesen, die sich mit der Steuerwahrheit beschäftigen? Nein, hat er nicht. Okay, in your original seminar tapes you remarked that an SSM is not necessary for a Florida driver's license. You are aware that Florida legislation has changed to require this. Do you have any commands? What is that SSM? Social security number? Aha, okay. In ihren ursprünglichen Seminarbändern haben sie bemerkt, dass in Florida keine Sozialversicherungsnummer nötig ist, um einen Führerschein zu bekommen. Ist ihnen bekannt, dass sich diese Gesetzgebung jetzt geändert hat? Haben sie da irgendetwas dazu zu sagen? Und das bringt hier ein sehr interessantes Thema auf den Tisch. Und das benötigt ungefähr fünf Stunden, um es erschöpfend zu behandeln. Die Regierung schafft Körperschaften mit ihrem Namen darauf. Das wird als Strohmann bezeichnet, ein Mann ohne Gehirn. Und es wird dein Name in Großbuchstaben. Das bedeutet nicht, dass du das bist. Das ist eine künstliche Firma. Das geschieht, wenn du deine Geburtsurkunde bekommst. und dann weiter verpflichtet, wenn du eine Geburtsurkunde oder eine Geburtsurkunde oder was du nennen eine Social Security Card. Hast du das in Deutschland eine Nummer? Die geben dir eine Nummer? Ja, um den Pass. Bitte? Ja, Rentenversicherungsnummer. Ja, wir haben das. Das ist involuntär. Amerika. Ich habe keine. Also in USA braucht man das nicht. Er hat keine Sozialversicherungsnummer. Okay. Okay. Was bedeutet für euch das Bauen der Erkenntnis und das Bauen des Lebens? Ist das ein Symbol oder eine Tatsache? Und wenn das eine Tatsache ist, wo sind sie jetzt? Was bedeutet für euch das Bauen der Erkenntnis und das Bauen des Lebens? Ist das ein Symbol oder eine Tatsache? Und wenn das eine Tatsache ist, wo sind sie jetzt? Aber was sie? Habt ihr das gehört, diese Frage? Also ich lese mal vor, ich verstehe die Frage nicht. Was bedeutet für euch das Bauen der Erkenntnis und das Bauen des Lebens? Ist das ein Symbol oder eine Tatsache? Und wenn das eine Tatsache ist, wo sind sie jetzt? Baum! Okay, Entschuldigung. Okay, where's the Tree of Knowledge and the Tree of Life? Is it a Symbol or is it a fact? And if it's a fact, where are these trees now? Ich glaube, dass alles in der Flut wurde. Ich glaube, dass alles in der Flut komplett zerstört wurde. und ich glaube, es gibt heute keine Methode mehr festzustellen, wo diese Bäume heute sind. Alles, was vor der Flut existierte, gibt es heute nicht mehr. Wahrscheinlich war der Garten eben da, wo heute Pensacola Florida ist. Ich Und die Bibel sagt uns, ein Fluss kam aus dem Garten Eden, der Euphrat. Und es gibt einen Fluss im Irak, der heißt Euphrat. Aber es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. Als Noah aus der Arche ausstieg und seine Familie, dann haben sie Flüsse gesehen, die sich vielleicht an die früheren Flüsse erinnerten. Leute kamen aus York in England nach Amerika und erschufen die Stadt New York. Es gibt in England ein London und in Kanada. Es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. Aber ich glaube, dass der Garten von Eden wahrscheinlich unter 500 Fuß Dreck liegt in Pensacola, Florida. Wir wissen, wo Noahs Arche landete, aber wir wissen nicht, wo sie abfuhr. Die Arche hätte dreimal um die Erde fahren können. Wir können nicht beweisen, dass Noah in der Nähe des Garten Edens lebte. Das war 1600 Jahre später. Die Welt ist komplett unter gegangen. Es gibt keinen Weg, das herauszufinden, wo der Garten Eden liegt. Stimmt es nach dem Zeitungsbericht von Regensburg, was Herr Professor Harald Lesch sagte? Ich lese mal kurz vor. Stimmt es nach dem Zeitungsbericht von Regensburg, der Zeitungsbericht liegt da vorne, was Herr Professor Harald Lesch sagte. Er sagte, 70% der Amerikaner glauben an Außerirdische. Und dann gibt es noch die Frage nach intelligentem Leben im All. Okay. There is an article in the newspaper there. And there is Professor Harald Lesch, he is an astronomer, and he says 70% of the Americans believe in extraterrestrial ETs. And is there life in space? These two questions. I have over 7000 pictures in PowerPoint. It helps if you ask the questions in the same order that I have the answers. So, das hilft, wenn du die Fragen in der Reihenfolge stellst, wie ich die Antworten habe. So, etwas über UFOs. UFOs, in German too? UFOs? Yeah, UFOs. I have studied much on this topic. I have very much on this topic. I have decided I do not know. And I have decided I do not know. There are several good books about unidentified flying objects, UFOs. It is a great book about UFOs. This is an excellent book by Chuck Missler. here is a wonderful book about alien contacts by Chuck Missler. People ask me what really happened in Roswell, New Mexico. And people ask me what is really happened in Roswell, New Mexico. It is supposed to be a landing site for a UFO. And man nimmt an, that it is a lande place for a UFO war. And no one who knows what happened is talking about it. And niemand, der etwas darüber weiß, redet darüber. But nine months later Al Gore was born. That is true. That is true. There are several theories about UFOs. It is many theories about UFOs. Let's see. There. Some people think they are simply misidentified. Man people think they are simply 瞭 Hitler worked on a round airplane to fly. Some people think it's satanische oder dämonische Aktivität. Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke auch nicht, dass es Leben auf anderen Planeten gibt. Die Bibel sagt, Eva ist die Mutter alles Lebendigen. Und die Bibel sagt in 1. Korinther, alle waren wir in Adam. Christus starb für die Welt. Wenn es Leben auf anderen Planeten gäbe, müsste er dann wieder sterben. Es gibt keinen Beweis, dass es irgendwo anders Leben gibt. Leute können glauben, was sie wollen, aber das ist dann nicht mehr länger Wissenschaft. Ich glaube natürlich, dass es außerirdisches Leben oder Wesen gibt. Ja, wir haben Engel, Cherubim, wir haben die Cherubim, Seraphim, der Herr selber. Es gibt außerirdische Wesen, ganz klar. Also er weiß nicht, wo dieser Herr Lesch diese Aussage hat. Man kann es nicht belegen. 82% aller Statistiken werden auf diese Art und Weise gemacht. 80% aller Statistiken werden auf diese Art und Weise gemacht. Also der Herr Lesch in diesem Zeitungsartikel, er belegt es nicht, er belegt seine Aussage nicht. Warum konzentrieren sich die Erdölvorkommnisse so stark auf die arabischen Länder? Okay, why is this, there is so much oil in the Arab countries? Almost any organic material can be turned into oil. Fast alles organische Material kann in Öl umgewandelt werden. Und während der Flut gab es an diesen Stellen sehr große Ansammlungen von toten Tieren und Pflanzen. Und man findet überall auf der Welt große Ölvorkommnisse. Und Arabien hat unseres Wissens nach die größten Vorkommnisse. Aber das bedeutet nicht, dass das die größten sind. Das Öl wurde erst in den letzten 140 Jahren entdeckt. Und große Bereiche der Erde wurden noch nie untersucht, ob Öl darin vorkommt. Und wir kennen viele Gegenden, wo so viel Öl vorkommt, dass es uns für die nächsten Jahre ausreicht. Dann Genesis 6, 1 und 2. How can I understand this scripture? Erste Mose Kapitel 6, Verse 1 und 2. Wie kann ich diese Schriftstelle verstehen? In 1. Mose 6, 1 heißt es, Und es geschah, als sich die Menschen fortpflanzten und das Angesicht der Erde bevölkerten und ihnen Töchter geboren wurden. Dass die Söhne Gottes die Menschen Töchter sahen und dass sie hübsch waren und sie nahmen sie zur Ehefrau von allen, welchen sie erwählten. Im Alten Testament gibt es fünf Stellen, wo die Söhne Gottes erwähnt wurden oder erwähnt werden. Und die beziehen sich alle auf Engel. Und hier spricht der Herr in 1. Mose 6, 3. Mein Geist wird sich nicht immer mit dem Menschen streiten, denn er ist auch Fleisch. Aber seine Tage oder seine Tage jedoch werden 120 Jahre sein. Es waren Riesen auf der Erde in jenen Tagen und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Menschentöchtern eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden dieselben mächtige Männer von Alters her berühmte Männer. Und Gott sah, dass jeder Gottlosen sündig war und entschloss sich, die Welt zu vernichten. Und in Judas 6 sagt uns die Bibel etwas über die Engel, die nicht ihren ersten Zustand bewahrten. Und das sind alle Bibelstellen, die ich über dieses Thema finden kann. Und es gibt nicht mehr darüber zu finden und zu sagen. Es gibt mehrere Theorien über diese Schriftstellen. Manche glauben, die Söhne Gottes waren gefallene Engel, die Satan nachfolgten. Ich glaube, dass du es weißt, aber ich kann es nicht beweisen. Wir wissen, dass Engel im Himmel nicht heiraten. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht auf Erden heiraten können. Manche glauben, dass die Söhne Gottes die Nachfahren Seth sind, die die Linie Kains heiratete. Ich glaube das nicht. Gerettete Leute und ungerettete Leute heiraten die ganze Zeit und das bringt keine ungewöhnlichen Kinder hervor. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Kinder Seths gottesfürchtig waren. Sie sind auch alle in der Flut umgekommen. sogar Noahs Brüder sind in der Flut ertrunken. Die Bibel sagt, Noahs Vater hatte Söhne und Töchter nach Noah. Und er glaubt, dass die Kinder dieser unheiligen Heirat das einfach ein sehr ungewöhnliche Nachfahren waren. Wahrscheinlich haben Noahs Kinder diese Leute gesehen. Und nach der Flut haben sie wiederum ihren Kindern von diesen Leuten erzählt. Und so entstanden wahrscheinlich die Theorien oder diese Legenden um Zeus und Thor. Und das ist alles, was die Bibel darüber sagt, über die Söhne Gottes. Noch mehr Fragen? Also wer schuf Gott? Ja. Okay, okay. Who created God and what did God before the creation? Danke. Gute Frage. Okay, who created God was the first question and what did God do before the creation? The question assumes that God needed a creator. Und diese Frage sitzt voraus, dass er in der Ewigkeit lebt. Wir sind eingeschlossen in der Zeit. Aber Gott nicht. Wenn Gott durch die Zeit, durch Raum und Materie begrenzt würde, wäre er nicht Gott. Dann wäre die Zeit Gott. In 5. Buch Mose wird Gott als der ewige Gott bezeichnet. Und er sagt, ich bin Gott und es gibt keinen anderen. Ich bin der allmächtige Gott. Gott schuf die Zeit, den Raum und die Materie. Und er ist aber von keinen dieser drei begrenzt. Der Mensch, der den Computer erfunden hat, er steckt nicht in diesem Computer drin. Er ist außerhalb des Computers. Gott wird nicht durch seine Schöpfung begrenzt. Er sagte zu Mose, ich bin, der ich bin. Und es wird über 200 Mal in der Bibel erwähnt. Sogar Jesus sagte, ich bin. die Pharisäer verstanden sehr genau, was er meinte. Und deswegen versuchten sie, ihn zu steinigen. kann. Ich glaube nicht, dass ein Mensch jede Frage beantworten kann über den Charakter Gottes. ich kann dir eine Idee geben, was das vielleicht bedeutet. Ein Freund hat mir das vor vielen Jahren gezeigt. Er erklärt die Dinge nicht, aber es hilft dir zu verstehen. Er sagte, suppose we had two people, Mr. Flat and Mrs. Flat. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Leute. They live in Flatland. Okay, Herr flach und Frau flach, und sie leben in Flachland. Sie sind zweidimensionale Leute. Sie haben Länge und Breite, aber keine Höhe. Mr. Flat sees Mrs. Flat. Der Herr flach sieht die Frau flach. All he sees is a line. Und alles, was sie sieht, ist eine Linie. He can go around and understand, she is actually a rectangle. So, er kann um sie herumgehen und verstehen, dass sie ein Rechteck ist. Er sieht aber nur eine Dimension. Er versteht zwei Dimensionen. They have no concept of the third dimension. Aber sie haben kein Konzept von einer dritten Dimension. If I want to reveal myself to Mr. Flat and Mrs. Flat, und wenn ich mich jetzt dem Herrn flach und der Frau flach offenbaren wollte, hätte ich ein Problem. I am three-dimensional. Weil ich bin dreidimensional. I cannot fit into their world. Ich passe nicht in ihre Welt hinein. If I put one finger through the table, wenn ich jetzt einen Finger auf ihren Tisch drücken würde, Mr. Flat sees a circle. Dann würde der Herr flach einen Kreis sehen. Then I put three fingers through the table over here. Und wenn ich drei Finger hier hinsetzen würde, Mrs. Flat sees three circles. Dann würde Frau flach drei Kreise sehen. Mr. Flat will say, I have seen Kent Hoven. He is a circle. Und der Herr flach würde sagen, ich habe Kent Hoven gesehen, er ist ein Kreis. Mrs. Flat says, oh no, he has three circles. Und Frau flach würde sagen, nein, er ist drei Kreise. Und sie würden eine Zeit lang miteinander diskutieren. Und dann würden sie die Gemeinde spalten. Und dann würden sie die Gemeinde des einen Kreises und die Gemeinde der drei Kreise gründen. Keiner von beiden versteht mich. Und es ist unmöglich, ein dreidimensionales Wesen in zwei Dimensionen zu pressen. Und es ist unmöglich, glaube ich, Gott in unsere kleinen Gehirne hineinzubringen. So, wenn Gott hier hineinpassen würde, hier in drei Pfund Gehirnmasse, dann ist er nicht Gott, nicht ewig. So, ich würde keinen Gott anbeten, der an meinen Kopf passt. Die Bibel erwähnt im Epheserbrief vier Dimensionen. Die Länge, die Tiefe, die Breite und die Höhe. Ich sage nicht, dass ich das verstehe. Aber wenn Gott sagt, dass er es schon immer existierte, wenn er sagt, dass er ewig ist, dann muss ich das einfach glauben. Ich kann es nicht beweisen. Okay, andere Fragen? Okay, und was hat Gott vor der Kreation beantworten? Okay, er kann diese Frage nicht beantworten, denn es würde ja bedeuten, dass Gott in der Zeit eingeschlossen wäre. Es gab keine Zeit vor der Schöpfung. Gott schuf Zeit, Raum und Materie. Und eines Tages wird es keine Zeit mehr geben. In Revelation 21, I believe, it says, there shall be time no longer. Und in Offenbarung 22, da steht irgendwo, es wird nicht länger Zeit sein. Wir singen Lieder wie Amazing Grace, wo es heißt, wenn wir 10.000 Jahre dort sein werden. Es ist ein gutes Lied, aber es ist nicht ganz korrekt. Wir werden dort nicht 10.000 Jahre sein. Wir werden einfach dort sein. Das erste, was du tun wirst im Himmel, du wirst deine Arme nur ausziehen und wegschmeißen. Keine Zeit mehr. I don't understand this. Das verstehe ich nicht. Other questions? Andere Fragen? Ja? Bitte? Chemtrails, also chemische Spuren. Trails of chemicals in the sky. Okay, chemische Spuren im Himmel. Are they doing this in Germany too? Passiert das in Deutschland auch? Ja. Ja? Ja? Das kommt nicht aus den Düsen. Es gibt sehr viele, es gibt große Flugzeuge, die durch die Welt fliegen und Chemikalien aussprühen. man hat diese Chemikalien analysiert. Sie sind extrem giftig. Und jemand versucht, die Bevölkerung zu dezimieren. das ist eine gute Art, das zu tun. Und man sieht hier auch die Internetadresse, wo es noch sehr viel Informationen über dieses Thema gibt. Jacques Cousteau sagte, wir müssten pro Tag 350.000 Leute umbringen, um die Welt zu retten. Ted Turner said we need to 95% decline in population levels. Und Ted Turner, der Chef von CNN, sagte, wir müssen die Weltbevölkerung um 95% reduzieren. Das wäre ideal. I say, okay, Ted, you first. Und ich habe gesagt, okay, Ted, dann bist du als erstes dran. Es gibt viele Leute, die die Erdbevölkerung reduzieren möchten auf diesem Planeten. Und es kann sein, dass diese sogenannten Chemtrails ein Teil dieses Planes sind. Jesus lebte unter römischer Kontrolle und er hat nie versucht, das römische Reich zu verändern. Er versuchte, Seelen zu gewinnen und Leute zu beeinflussen. Und ich empfehle, dass wir dasselbe tun sollen. Okay, noch eine Frage? You have seen these here, too, huh? Yeah. Yeah? So I'll see you in heaven. Mm-hmm. Okay. Ja, bitte? Okay, if God is everywhere, is he also in hell? So is he everywhere? He says he is everywhere. Er sagt, er ist überall. If he were in hell, would this affect him somehow? Wenn er in der Hölle wäre, würde ihn das irgendwie berühren? If he is in space, where it's, you know, minus 273 Celsius. Wenn er im Weltall ist, wo es minus 30 Grad kalt ist, this would, of course, assume he has a body that can be hurt. Das setzt voraus, dass er einen Körper hätte, der verletzt werden könnte. Yes, I believe God is everywhere, that he chooses to be. Ich glaube, Gott ist überall da, wo er sein möchte, at the same time, zur gleichen Zeit, and at all times. Und zu allen Zeiten. God is already in tomorrow. God is already in tomorrow. As well as still in yesterday. Genauso wie er in der Vergangenheit ist. Often we try to put human limitations on God. Und oft versuchen wir, die menschlichen Begrenzungen auf Gott zu übertragen. God is not limited by time, space or matter. Aber Gott ist nicht begrenzt durch Zeit, Raum und Materie. Es gibt eine Stelle in Hebräer Kapitel 7 über den hohen Priester Mechisedek. Und der war im Alten Testament derjenige, der von Abraham den Zehnten bekommen hat. Und von ihm wird gesagt, er hat keinen Anfang und kein Ende. Und in Hebräer 7 sieht man, dass Jesus Christus dieser Mechisedek war. Jesus Christus ist Gott und er hat keinen Anfang und kein Ende. Verstehen können wir das nicht. Okay. I was asked a question during the break. How can we see stars billions of light years away if the universe is only 6.000 years old? Okay. In der Pause wurde mir eine Frage gestellt. Wie können wir die Sterne sehen, wo ihr Licht durch Milliarden von Jahren weg ist und wie kann es sein, dass das Universum dann nur 6.000 Jahre alt ist? Es gibt sehr viele Sterne im Himmel. Darüber gibt es keine Frage. Wir haben nie gesehen, wie ein Stern entsteht. Wir sehen nur, wie sie explodieren. Stephen Hawking said, Stars are so far away. All we see is a point of light. Stephen Hawking sagt, die Sterne sind so weit weg, dass sie uns wie kleine leuchtende Punkte erscheinen. All we can see is the color of their light. Alles, was wir sehen, ist die Farbe ihres Lichtes. Stars are a long ways away. Sterne sind sehr weit weg. We think. Das denken wir. If you're going to measure the distance to an object you cannot touch, und wenn du versuchst, die Entfernung von einem Gegenstand zu messen, den du nicht berühren kannst, you can use Trigonometry. Da kannst du die Trigonometrie zur Hilfe nehmen. You must know two angles and one side. Du musst eine Seite kennen und zwei Winkel. Or two sides and one angle. Oder zwei Seiten und ein Winkel. The problem is, the distances are too big. Das Problem ist, die Entfernungen sind zu groß. Die Erde ist 8000 Meilen im Durchmesser. That's 140, 14.000 Kilometer maybe. 14.000 Kilometer ungefähr, ja. So, um für das Messdreieck eine Basis zu bekommen, die groß genug ist, dann gucken sie die Sterne im Januar an und dann gucken sie nach den gleichen Sternen im Juni und jetzt hast du ein sehr großes, ein größeres Dreieck. Es ist 93.000 Meilen von der Sonne weg, which is 8 light minutes. Das bedeutet 8 Lichtminuten oder eine astronomische Einheit. It takes the sunlight 8 minutes to get to earth. Das Sonnenlicht braucht 8 Minuten, um von der Sonne zur Erde zu kommen. So, der Durchmesser dieses Kreises ist 16 Lichtminuten. Ein Jahr hat 525.948.7 525.948.7 6 Minuten. Wenn dieser gelbe Kreis die Bewegung der Erde repräsentiert, die Umlaufbahn der Erde, ist es viel zu groß für diese Zeichnung. Und wenn du jetzt zwei Beobachter hast, die 16 Zoll auseinander sind, ungefähr 42 Zentimeter auseinander und die würden auf einen Punkt schauen, der so weit weg ist, 525.000 Zoll oder 8,3 Meilen, das sind so 12 Kilometer. Das würde ein sehr, sehr schmales Messdreieck ergeben. Und das ist der Winkel, um eine Entfernung bis zu einem Lichtjahr zu messen. Das ist ein Winkel von 0,017 Grad. Aber um 100 Lichtjahre zu messen, müsst ihr 830 Kilometer weg 140 Kilometer 1,017 Grad wären da an dieser Punkt weg. Das ist also wirklich sehr dünnes Messdreieck. Wenn ich Leute auf meinem Dach hätte, die 42 Zentimeter entfernt wären voneinander auf diesem Dach. Und die gucken beide einen Punkt in Chicago an. Und sie würden versuchen, basierend auf diesem Winkel die Entfernung zu messen. Das wäre sehr, sehr schwierig. Ich denke, ist sogar unmöglich. Und um 15 Milliarden Lichtjahre zu messen, also das ist einfach nicht möglich, so eine große Distanz zu messen. Wir können nicht exakt sagen, wo wir vor sechs Monaten waren, um die Messung wirklich richtig durchzuführen. Dieses Schulbuch sagt, dass sie 100 Lichtjahre messen können mit diesem Verfahren. Das bezweifle ich. Aber ich gebe denen 100 Lichtjahre. Ich würde sogar 500 Lichtjahre akzeptieren. Aber du kannst nicht Milliarden von Lichtjahren messen. Wir müssen mehrere Dinge betrachten, wenn es um das Sternlicht geht. Lichtjahre nicht Entfernungen messen, die größer als 100 Lichtjahre sind. Wir wissen nicht, was das Licht wirklich ist. Wir wissen auch nicht, ob es immer dieselbe Geschwindigkeit hat. Und die Theorie hinter den schwarzen Löchern besagt, dass Licht durch Gravitation verformt werden kann, angezogen werden kann. Man kann also nicht sagen, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. An der Universität von Harvard hat man einem Experiment es fertig gebracht, das Licht auf 45 Stunden Kilometer herunter zu bremsen. Und im nächsten Jahr schafften sie Wissenschaftler es, das Licht auf bis eine Meile pro Stunde, also 1,6 Stundenkilometer zu verlangsamen. Und das Jahr darauf schafften sie es, das Licht vollständig anzuhalten. Und dieses Experiment wurde wiederholt, das heißt, es wurde in Harvard Universität in Cambridge und im Smithsonian Center durchgeführt. Sie haben wirklich die Licht Geschwindigkeit auf Null gebracht. Sie haben Licht angehalten. Und an der Princeton Universität haben sie das Licht 300 Mal beschleunigt. Das geschah vor ungefähr vier Jahren. kann. Und die Licht Geschwindigkeit hat augenscheinlich so stark abgenommen, dass es nicht durch experimentelle Fehler erklärt werden kann. Das ist eine Karte oder ein Diagramm, das die Abnahme der Licht Geschwindigkeit zeigt. Und das kommt aus Messergebnissen über die letzten 150 Jahre. In 1960 haben sich die Werte angeglichen. Und heutzutage misst jeder dieselbe Geschwindigkeit. Das liegt vielleicht daran, dass sie die Atomuhr benutzen. Die Atomuhr basiert auf der Wellenlänge des Celsium Atoms. Du hast ein Lineal aus Gummi. Wenn die Licht Geschwindigkeit abnimmt, dann wirst du das nie mit einer Atomuhr sehen können. Weil die Atomuhr wird genauso langsam wie das Licht. Sie benutzen Licht, um Licht zu messen. Dieser Russian Astronomer sagte, die Lichtgeschwindigkeit war 10 Milliarden Mal schneller. Am Zeitpunkt Null. 1988 wurde in einem Experiment oder hat man einem Experiment die Licht Geschwindigkeit um den Faktor 100 vergrößert. Die Urknalltheorie braucht oder benötigt eine höhere Lichtgeschwindigkeit am Anfang am Anfang. Im Jahr 2000 sagten Evolutionisten es ist eine schockierende Möglichkeit, dass die Lichtgeschwindigkeit sich während der Zeit verändert während des Lebens des Universums. Lichtgeschwindigkeit verändern Und dieser Artikel sagt, dass sich die Lichtgeschwindigkeit verändern könne. Ich habe sehr viele Zeitungsartikel darüber. Und es gibt sehr viele Wissenschaftler, die sagen, dass die Lichtgeschwindigkeit keine Konstante ist. Im Discover Magazine gab es letztes Jahr einen Artikel darüber, hat sich Einstein geirrt bezüglich der Lichtgeschwindigkeit. Und sie kommen zu dem Schluss, dass er sich irrte. Er war ein sehr kluger Mann. Aber das bedeutet nicht, dass er in allem Recht hat. Und es gibt sehr viele Artikel, die zeigen, dass die Lichtgeschwindigkeit abnimmt. Die Schöpfung, als die Schöpfung fertig war, war sie einfach fertig und erwachsen. Hatte ein Alter. Jesus machte Wein aus Trauben, die vorher nicht existierten. Und ich stelle Leuten die Frage, wie alt war denn Adam am sechsten Tag? Er war null. Aber sah er aus wie null? Nein. Er sah aus wie 51, das vollkommene Alter. Gott hat keine Babys gemacht, sie in den Garten gesetzt und einen Sack voll Samen gegeben. Er machte einen erwachsenen Mann, eine erwachsene Frau und einen erwachsenen Garten. Anders hätte es auch nicht geklappt. Das Lichtjahr ist eine Entfernung und nicht eine Zeit. Lichtgeschwindigkeit nicht konstant ist, wieso sollte dann die Entfernung der Sterne irgendetwas mit dem Alter des Universums zu tun haben? Wie messen Wissenschaftler das Alter von Sternen? Wir können also das absolute Alter herausfinden, indem wir die Farbe eines Sternes und seine Helligkeit mit denen in einem Sternen Evolutions Modell vergleichen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir sagen, wir können feststellen, wie alt etwas ist, indem wir es mit etwas vergleichen, von dem wir nur denken, wie alt es ist. Das ist nicht Wissenschaft. Das ist Religion. Ich bin Elsen Portugal. Wir hoffen, dass dieser Vortrag über Schöpfung, Evolution und Dinosaurier Ihnen geholfen hat. Viel wichtiger aber, als einfach wissenschaftliche Fakten zu kennen, ist zu wissen, dass man ein ewiges Leben hat. Dass man eines Tages beim Herrn sein wird. Dass man gerettet ist. Vielleicht haben Sie schon an den Herrn Jesus geglaubt. Wenn Sie aber das noch nicht getan haben, lassen Sie mich auf eine einfachen Art und Weise erklären, wie Sie errettet werden können. Wie man ewiges Leben haben kann. Gottes Wort, die Bibel sagt uns, dass wir alle, alle Menschen gesündigt haben. Wir haben alle Gottes Gesetze gebrochen. Römer 3, Vers 23 sagt, Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind dem Schöpfer ungehorsam gewesen. Wir haben böse Dinge getan. Manche mehr als andere vor den Augen des Menschen. Wir sind aber alle ausnahmslos Sünder. Die Bibel sagt auch, kehrt um. Sie sagt, dass wir umkehren müssen. Der Ausdruck, tut Buße, wird auch gebraucht. Dieses Wort bedeutet eigentlich Sinnesänderung oder Umkehr. Das heißt nämlich, dass wir uns von unserer Rebellion gegen Gott wenden sollen, uns zu Gott wenden sollen. Gott erwartet eine neue Einstellung, die sagt, es tut mir leid, dass ich gegen Gott gesündigt habe. Ich möchte das Richtige tun. Kehren Sie sich um zu Gott durch den Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir Sünder sind, sondern auch, was die Folge der Sünde ist. Römer 6, Vers 23 sagt, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Folge der Sünde, der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben durch Christus, Christus Jesus, unseren Herrn. Der Tod ist die Belohnung für unsere Sünden. Das heißt nicht nur der Tod des Leibes, sondern der ewige Tod. Verdammnis in der Hölle. Ewige Trennung von Gott. Jesus Christus aber möchte uns retten. Er ist für unsere Sünden gestorben. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sein Tod am Kreuz, sein Blut, das er vergossen hat, sein Begräbnis, seine Auferstehung. Das ist das Evangelium. Das ist die wahre, gute Botschaft, dass Jesus Christus unsere Sünden auf sich genommen hat. Hebräer 9, Vers 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Man sieht in der Bibel, dass seit dem Fall des Menschen Blutopfer erforderlich sind. Jesus Christus brachte das vollkommene Opfer dar. Das einzige Opfer als das Lamm Gottes, das wirklich die Sünde der Welt wegnehmen kann. Er bietet ewiges Leben an für jeden, der an ihn glaubt, jeden, der ihn aufnimmt, seinen Namen anruft. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Sie drücken aber nur eins aus. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Glauben Sie an ihn, vertrauen Sie ihm. Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gotteskinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Römer 10, Vers 9 und Vers 10 sagt, Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn Vers 13 Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Epheser 2, Vers 8 und 9 sagt, Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn sie sich umkehren und den Namen des Herrn anrufen, indem sie erkennen, dass sie gesündigt haben, ihr Sünde Gott bekennen, im Glauben, im Vertrauen, wird Gott ihnen auch dieses Geschenk, das ewige Leben, geben. Sie dürfen sich im Gebet zum Herrn wenden und Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland aufnehmen. Es gibt hier keine Zauberworte. Gott sieht das Herz an, ob sie ernsthaft mit ihm meinen. Sie dürfen zum Beispiel so beten. Herr Jesus, ich erkenne, dass ich Sünde bin. Ich habe deine Gesetze gebrochen. Und ich bekenne dir meine Sünde. Ich glaube an dich und setze jetzt mein Vertrauen auf dich. Reinige mich durch dein Blut. Vergeb mir meine Sünden. Nimm mich auf in deine Herrlichkeit. Amen. Gottes Wort verheißt, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Wenn sie ernstlich den Namen des Herrn angerufen haben, sind sie dann gerettet worden. Ihr Ziel jetzt ist, zu wachsen. Lesen Sie in der Bibel. Beten Sie. Schließen Sie sich eine biblische Gemeinde an, wo Sie wachsen können, zu einem reifen Christen wachsen können. Wenn Sie Hilfe bei dieser Entscheidung brauchen oder noch Fragen haben, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns an. Wir sind gern für Sie da.